WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Guckt nur noch hier Weir, an B�äu, um aasa Weir, um zu Hause Obers Gassel Da oben und den Bergspitz zeigen wir gleich Zu Bummenschwetz WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Zwei Euro. Das müssen wir anbleiben. Hier am Abend, wo ich mit Dieler und Gliesener heilen, da haben wir in einer Stunde 60 Stunden, die wir zurück haben. Ich glaube nicht. Klasse, dann Feitschach. ... Da oben hoch, die Lange, oben ist jetzt. Da fahren wir raus. Nein, genau. Bisschen heftig sein. Das ist ein Heftig sein. Ja, das ist ein Heftig sein. Ja, ich darf mal raus. Ja, ja. Wenn man hier nach links kommt, dann kommt man ein bisschen wieder nach. Ja. 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 Ich bin jetzt an den Strafe lang dran. Ja, ja. Der тобой ist jetzt beim 1.500. Das ist der nächste Fahrt. Hier und da hinten. Das ist der Schnauze. Das ist der Schnauze. So kommt er nicht woher. Ich bin dann ursprachig. So viel drin. Ja, da ist die Schnauze. Das ist der Schnauze. Das ist doch nicht wahrscheinlich noch ein Wester. Hier oben ist wohl Lavendipopal. Hier oben ist es auf der Ecke. Hier oben ist es auf der Ecke. Wissen Sie, das ist heute ab und auf der Berg. Ja. Das ist ein Berg, der Lavendipopal. Wir landen jetzt quasi immer gern drauf. Ja, guck mal vorne. Ja, guck mal nach links. Kannst du jetzt mal die kleine Schleife? Ja. Das ist so warm. Oh, da steht schon der Busse. Oh, da steht schon der Busse. Und zack. Gut, jetzt sehen wir gleich im Wasserjag. Oh, da. Oh ja, ruhig, ruhig! Da, по welchen Halt paden. Da, da euern schon mal ab. Da. Da fühlen wir noch nicht ab. Ja, behave. Nee, 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 nee. Das mach ich ja auch immer. Und was jetzt da rechts ist, ja. Ja, da wollen wir alles. Ja, hinten. Das ist ja eigentlich. Da werden wir alles schnell.